Hello! Ich bin mal wieder live, weil es gibt was Neues zu erzählen. Es gibt was Neues zu erzählen. Kommt rein, kommt rein, die die Zeit haben und Lust haben, mit zuzugucken. Wir haben gleich einen mega tollen Sale. Ich liebe unsere Buddies. Wir haben ein Buddy-Sale und ich bin total begeistert. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ne, ihr vier. Oh Gott, schon so viele. Hallo, Patricia. Ich darf, ich erkläre nochmal unseren super mega coolen Sale. Ich bin hier gerade, unschwer zu erkennen, in Bennets Zimmer. In Bennets Zimmer. Du sollst Geschenke einpacken. Ja, Mann, ich mache das gleich schon noch. Irgendwann so. Gegen elf. Und ich wollte euch nur einmal erzählen, worum es heute Abend in einem Sale geht, weil es ist ein mega Sale. Ich finde mega, mega klasse. Und ich bin absoluter Fan von unseren Buddies. Und hier haben wir auch im Bennets Bett zwei der süßen Buddies. Einmal haben wir hier Rocket. Den gab es mal. Der ist schon gar nicht, den gibt es nicht mehr. Aber es gibt Groot. Und Groot sogar heute Abend. Ich habe Groot vor zwei Wochen circa gekauft. Oder drei, wo er rauskam. Psch, den kriegt er zu Weihnachten. Er freut sich nämlich schon richtig doll drauf. Und hier ist Stitchy. Stitchy gibt es auch nicht mehr. Stitchy ist auch ein Buddy. Stitchy wurde angezogen, weil Bennet hat seinen alten Body gefunden. Das war einer der ersten Buddies quasi, den Bennet hatte. Und den hat er gefunden. Und Stitch angezogen. Aber man riecht immer noch sehr gut. Ja, das ist Stitchy. Das wäre natürlich der Mörderwahnsinn. Er liebt Stitch. Und ich würde mir, glaube ich, auch ein Stitch kaufen, wenn es wirklich heute ein Stitch gibt. Oh, das wäre was. Das wäre richtig cool. So, ich wollte euch nochmal unsere Buddies erzählen, weil wir ja heute Abend die Buddy-Aktion haben. Der ist so süß. Der ist so süß. Stitch hat einen Body an. Wie cool. Ja, mit Bud Spencer. Siehst du das? Und Kevin Sill. Weil Flo totaler Fan davon ist. Deswegen hatte Buddy. Deswegen hatte Bennet damals den Buddy als Baby an. Und dann hat er den in der Memories of Bennet-Kiste wieder gefunden. Und deswegen musste Stitch herhalten und den Buddy hat er hat. Tja. Ja, also das ist Stitchy. Stitchy und das ist Rocket. Beide gibt es leider heute nicht. Gehe ich auf jeden Fall davon aus. Ich sage hier Klatschen. Aber darum geht es nicht. Es geht da drum, dass ich euch nochmal die Eigenschaften unserer Buddies erkläre. Patricia. Wir haben keine Klatsche im Kopf. Das ist total süß. Guck dir das Ding an. Ja, ähm, genau. Unsere Buddies. Passt auf. Wie erzählt ich das? Oh, guck mal. Jetzt seht ihr die ganze Lichterkette hier von Bennet. So. Ich ziehe mal ganz kurz hier ihm sein, ihm sein Body aus oder hoch und zwar ist Stitchy. Stitchy hat hier hinten, guck mal, den hat er gar nicht zugemacht gehabt, der kleine Lümmel, einen Reißverschluss. Der Reißverschluss da. So, einen Reißverschluss am Rücken. Eigentlich ist er nur ein süßes, kleines, süßes, mega niedliches Kuscheltier. Aber er hat noch besondere Eigenschaften und die besondere Eigenschaft ist passt auf, dass er am Rücken einen Reißverschluss hat. Und in diesem Reißverschluss ist dieses Handpack hier. Und was hat Bennet für ein Handpack? Jawollo! Wir haben jetzt vor kurzem nach ungefähr einem Dreivierteljahr, ja, Dreivierteljahr war der Stitch Handpack drin. Jetzt und jetzt, Jessie, mach mal weiter. Oh, süß. Die bastelt gerade die Adventskalender für mich. das ist so, so süß. Oder mit mir zusammen, aber sehr, sehr viel. 90% macht sie und 10% ich. Gar nicht weil so aufgeteilt, sondern einfach, weil sie da den Durchblick hat und das können. Naja, auf jeden Fall. So, Stitchy hat ein Handpack in sich. Das seht ihr so. Da seht ihr vielleicht noch die Kügelchen so ein bisschen durch. die sind mit Duftgetränk quasi und die geben Duft ab. Und das bei Gemmy Time ist zum Beispiel ein ganz besonderer Duft. Die anderen, also man kann natürlich den Duft seiner Wahl nehmen, außer es sind lizenzierte, die kommen meistens mit dem Originalduft. Zum Beispiel hier bei Rocket müsste noch, ja, der Rocket ist noch der Rocketduft. Das war ein original lizenzierter Rocketduft. Und diese Tiere riechen ganz, ganz toll. Bennet ist jemand gewesen, der kein, also nicht so wirklich Bedarf zu Kuscheltieren hatte. Und der ist tatsächlich, der liebt seine beiden Kuscheltiere. Der liebt die und der liebt die deswegen, weil die super toll riechen. Dann sind die überall mit hin, weil so ist sein Geruch auch überall mit ihm da. Wenn er zur Oma geht, die kommen mit, wenn er in Urlaub geht, die kommen mit, die kommen überall mit hin, weil es einfach sein Geruch ist, den er da mit von zu Hause zu anderen, zu Oma etc. pp. nimmt. Und deswegen sind die so, so toll und ich feiere die total. Warte. Entschuldigung. Oh Gott, Entschuldigung. Da hat es in der Nase gekribbelt. Genau, also ich feiere die total. Er hat es zum Beispiel hier in seinem Rucksack drinne und so gibt es ganz, ganz viele und diese Tiere, die sind echt schön und die Kinder lieben sie einfach, weil da super toller Duft drin ist. Ob ich jetzt einen süßlichen Duft nehme, ob ich einen fruchtigen Duft nehme oder zum Beispiel so ein leicht Lavendel liegen, der heißt Gemmy Time, der beruhigt ungemein. Ich habe mega viele Erwachsene mittlerweile, die sich den hier zum Beispiel nur kaufen, um den bei sich zu haben oder auch die Tiere mit zu kaufen, um den zu haben, weil der extrem beruhigt. Also wenn ich den bei mir beim Bett habe, ich schlafe einfach deutlich besser ein. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Geruch, so ein leicht frischer, aber trotzdem so ein der beruhigt. Ungemein, das ist der Wahnsinn. Und der kommt nämlich jetzt wieder in Stitchy. Und wenn der in Stitchy ist, dann ist er da Ewigkeiten am Duften. Das ist der Wahnsinn. Ewigkeiten. Also wie gesagt, wir haben jetzt Stitchy Duft ausgetauscht gegen Jammie Time, ich glaube ein Dreiviertel Jahr später. So, jetzt kriegt Stitchy noch sein Body angezogen, sein Bud Spencer Body. Und heute Abend ist der Sale. Und heute Abend gibt es diese Buddies, auch lizenierte Buddies, das ist der Wahnsinn. Er hat jetzt wieder sein sein Ding Rums an. Ja, genau. Und heute Abend gibt es Bud Spencer und Terrence Hill Buddies. Bud Buddies, ja, genau. Was rede ich denn hier? Heute Abend gibt es lizenierte Buddies. Und die gibt es bis zu 50% günstiger. Wir wissen nicht, welche Buddies wie viel günstiger bekommen. Das wissen wir absolut noch gar nicht. Aber wir wissen zum Beispiel es wird ein Ü-Ei-Paket geben, also quasi ein Überraschungspaket. Da werden zwei Buddies drin sein mit dem Sandpack eurer Wahl. Also da könnt ihr sagen, Mensch, ich möchte zweimal Jammie-Time, ein bisschen was Beruhigendes für meine Kinder haben oder ich möchte was Fruchtiges oder Vanilliges. Da könnt ihr euch total aussuchen, was ihr mögt. Und gibt es Überraschungs Buddies und oder Überraschungskuscheltiere. Wir wissen nicht, welche in diesen Paketen drin stecken. Die kosten 57 Euro, das heißt 25, 27, 50 pro Buddy inklusive diesem 10 Euro Sandpack. Das heißt, ihr zahlt mal gerade für diese mega hochwertigen tollen Kuscheltiere 17, 50. Das ist ein perfektes Geschenk einfach für Weihnachten. Mega toll. Also ich bin echt begeistert. Ich werde mir dieses Set auch zweimal holen. Ich hoffe, da sind verschiedene dann drinne und das wird dann erst mal hier überall verteilt. Und ich bin super begeistert. Und die lizenzierten, da bin ich auch schon am überlegen, ob ich nochmal so eine Miss Piggy finde ich voll süß. Die hat meine Schwester in ihrem Bulli und die sieht so geil aus. Sie hat Miss Piggy und Kermit in ihrem Bulli vorne und die duften vor sich hin und die sind so 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 süß. Wen gibt es denn noch? Es gibt zum Beispiel Winnie Poo, es gibt Mickey Maus und so. Also ich weiß nicht, ob die auch reduziert sind, aber es gibt die zum Beispiel. Dann gibt es Jack Scullington und dieser Hund. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber wenn man auf die Schnauze haut von einem Hund, auf die Nase von einem Hund, dann leuchtet die. Was auch richtig cool ist. Also das schockt auch total und der riecht natürlich auch toll. Aber wir wissen nicht, wie viel Prozent da runter geht. Genau. Ja, und ja, das war's. Also heute Abend 8 Uhr ist der Sale. Ich muss mich gleich vorbereiten, weil ich einiges an Vorbestellungen habe. Einiges. Einige auch, die sagen, wenn Groot da ist und Groot mehr als 40%, dann hol ihn mir auf alle Fälle. Alles klar, jetzt rechne ich dann nochmal aus. Wenn Groot 38 Euro kauft, dann kaufe ich dem und dem und dem noch. Okay, gut zu wissen, mache ich. Ja, und so könnt ihr euch natürlich auch bei mir melden und sagen, Mensch, ich möchte den oder den Buddy gerne haben, mit dem und dem Sandpack. Wobei, wie gesagt, die lizenzierten Buddies, zum Beispiel Looney Tunes und so weiter, die bringen alle komplett ihren mega, mega geil ist auch zum Beispiel, dass Sven jetzt im Angebot ist. Also, ich werde definitiv einen Sven für mich holen. Wer Sven schon in echt gesehen hat, der ist einfach gigantisch toll. Der ist riesengroß, der ist echt schön groß, der sieht richtig Sven-getreu aus und das ist halt Frozen. Was soll man dazu sagen? Frozen ist cool. Was hat er da eigentlich für einen Poster aufgehangen? Ach, das Ja, also, Sven gehört auf alle Fälle mir ab heute hoffentlich. Ein Überraschungspaket nehme ich auf alle Fälle und dann noch gucken, was kommt. Geil wäre ja auch, wenn diese, wir wissen ja nicht, was kommt. Geil wäre natürlich auch, wenn die hier davon das Mädel kommt. Das würde ich ja auch abfeiern. Mega. Mal gucken. Ja, Also, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, was los ist heute Abend, kurz vor 8, also, entweder über meine VIP-Gruppe, dass ihr direkt da seht, was los ist und bestellt oder ihr guckt selber auf meine Homepage danielagauchstern.zenzi.de und bestellt selber für euch, da habt ihr natürlich dann die Versandkosten auch noch mit zu. Der ist auch ein Muss. Ne, ich bin hier. Ich bin gerade live. Genau, zwei Ü-Pakete wolltest du. Ja, ich muss mal gucken. Also, zwei Ü-Pakete auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Zwei Ü-Pakete, ein Sven und dann mal gucken, was noch so kommt. Also, wenn ihr die Dinger gesehen habt, die sind so, so, so süß und ich feiere die total. Ja, findet er total klasse, dass ich in seinem Bett sitze und live bin. Aber das wollte ich euch nicht vorenthalten. mein Stitchy oder sein Stitchy, sein Rocket. Ja. Also, richtig, richtig toll. Ja. Ihr seht schon, es sind tolle Sachen. Wie gesagt, ihr könnt euch kurz vor acht selber aufschalten über meine Homepage und dann landet ihr auf einer Warteschleife. Also, ihr aktualisiert, 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 ab fünf vor acht circa, dann landet ihr automatisch, auf einmal kommt ein weißer Bildschirm mit Warteschleife. Da aktualisiert ihr bitte 0,0, also wirklich, da haltet ihr die Finger still und wartet, 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 dann steht da irgendwie fünf Minuten, bis sie automatisch weitergeleitet werden und dann wartet ihr einfach, bis ihr weitergeleitet werdet und auf einmal seid ihr dann da. Am besten meldet ihr euch schon vorher an, wenn ihr direkt bestellen wollt und genau, meldet euch schon vorher an und am besten, hallo Nadja, hallo Sabrina und am besten, jetzt habe ich den Faden verloren, ihr meldet euch vorher an und geht schon auf Sonderangebote und da wird es dann geben, einen Reiter, den gibt es jetzt noch nicht, der heißt 48 Stunden Sale, da geht ihr einfach nur drauf und dann seht ihr alle Buddies, die komplett im Angebot sind, genau. Wie gesagt, Sven ist meiner und zwei Überraschungspakete. Absoluter Muss, absolutes Muss, genau. So, ich verabschiede mich hier von Bennets Zimmer, ne? Das ist auch so schön, das ist so ein, wollen wir noch ein bisschen kuscheln? Ach, das ist auch so toll. Ich liebe Bennets Zimmer, auch wenn das total chaotisch ist, aber ich liebe es. So, also in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen Abend, ich wünsche uns einen wunderschönen Abend, ich muss gleich noch ein bisschen Adventskalender weiter basteln, sie hat mich ja schon, auch schon ermahnt, dass ich mal weiter basteln soll, ja, ich gebe gleich Gas, basteln, wie eine irre weiter für euch und die werden bombastisch toll, ich bin super neidisch auf euch, ja, genau, also, einen schönen Abend, ne? und meldet euch gerne für eine Mitbestellung. Ciao, Kakao! Kakao!